Jaaaaaah Da ist schon wieder Lava Hä, Mining Pipes, die müssen doch eigentlich craften können Genau, in der Wand drin Weck die Lava Da hast du ein Schiffgegang eben Warum kann ich denn keine Mining Pipes benutzen? Wollen sie nicht? Vielleicht weil die nicht gehen Doch doch Hm Und Junkil Warte mal Ach, Heid Zombie Oh Schon wieder ein Creeper Ähm Wie viel Creeper hier einfach mal sind Nee Noch einer Okay Heid Zombie Zack, 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 zack Und zack Oh ne Jetzt war noch das So nervig diese Creeper Heid Zombie So nervig wie du So wie du meinst du Hey Batman Hey Batman Hey Spini Spider-Man Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich Ah Komm Schaut auf die Höhle wieder Zack Hm Was denn? Hm Hast du nix gesehen? Cheater Warum Cheater? Da steht doch High Efficiency Cheater Warum Cheater? Warum Weil du einer bist Nee Doch Cheater Ja Mach das schon ohne Sagst du Es fliegen Blöcke in die Luft schreit Oh, oh Oh Was? Du schreitst Finger in den Po? Po? Immer Das glaub ich dir Aha, da ist noch mehr Lava Ja, natürlich auch Sicher doch Es ist Lava Ich hab keine Lust mehr Schaut auf die Lava jetzt erstmal Schaut auf die Lava jetzt erstmal So Aha 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 Ist ja nicht mein Problem Mhm Alter Cheater Achso Cheater Haha Achja Hm Achja Achja Wieder Eisen Aber Eisen findest du richtig viel Ja Das ist nix neues Hm? Das ist nix neues Hm Ach Kohle Ach Kohle Ich weiß das Ich weiß das was neues ist Kohle ist auch massenweise da Ja Genau So wie Redstone sowieso Ja Vor allem weil du mehr Redstone immer wieder aus dem Dücken kriegst Das ist irgendwie Standard Da wird auch nie was dran geändert Da wird auch nie was dran geändert Da wird auch nie was dran geändert Mann bin ich weit gekommen bis jetzt Wird halt immer abgelenkt von den Höhen Ja genau Doch Das sagen's alle Ist so Von der Hölle ich muss reingehen Natürlich irgendwo ist wieder Lava Irgendwo wieder Alleine in Mexiko Ja 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 Ach Zombie verpiss dich doch Mein Gott Ich hat niemand da Mein Gott Ich hab mich nur gefragt Tschüss Jetzt hab ich was was Hab ich irgendwas verpasst? Hast du heutz rum? Nee Leid für mich Tschüss Jaaaa 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 Kuck Schwine Ganz viele leaaabe Mal wieder na guck mal das lawa lawa hallo sind jetzt so weg wasser wir wissen ob wir noch mehr und das direkt bei der lawa gelandet kann mal da geht es ja noch weiter mit lawa doch nicht und lawa findest du hoffenweise lawa und eine kusshöhle das aufs eisen jetzt gerade mal damit sei es das nehme ich auf jeden fall mit wow was war das denn höhengeräusche eben hat sich nicht normalen gehört das war wahrscheinlich so ein höhengeräusch durch den soundpack sie ist so richtig krank anhört so krank wie flash hallo wir haben ja auch wieder ganz viel äh hast du gerade nicht getan was das was ich gehört habe ich hab gemacht ja 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 mich auch du kurzstulle du kleines ferkelchen du ich hab nicht gefurzt oder gerübt oder was auch immer du denkst neiiiin ne ok bist du sonst immer also ich hab das nicht mal von dir auf andere sooo machen wir die ganze erde weg äh du buddeln bringt ja so spaß jeden tag ja jeden tag aufs neue mhm genau woher sind ja auch die aus hier runter ach spinne spinne oh gott ja der könnte ja eigentlich vernichten dann brauchen wir gar nicht so viel dann brauchen wir gar nicht so viel dam 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 ja hallo gravel hallo zentos man ey ich dachte ich bin gleich fertig und kommt gravel jetzt mit einmal mal und dahinter ist noch mehr warum auch nicht warum auch nicht also wollt ihr mich jetzt verarschen ich habe keinen angeguckt das wird doch eigentlich bam 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 zenters du hast'n schade sooo und jetzt tauchst schon wieder rüber gelaufen ja wieso nicht ich denke bin ich von einem ende von der erde angelangt taucht da wieder gravel auf ich werde das halt gerade alles wegrollen vielleicht sind ja die erst hier irgendwo unter aber scheinbar nicht wenn das immer wieder weiter geht ist auch noch nach oben komm komm wir in die nächste schaufel kaputt juhu oh bumm hat's gemacht ja joa ich muss ein bisschen nachs haus pflegen oh man was machst du für scheiße was denn ich ging wollte gerade ins haus ein und auf einmal hör dich hinter mir so zisch ja ja was sagen sie immer alle Emma Emma Watson Emma Watson Emma was Watson was du's Watson 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 oh Salpeter ja ich schieße gerade den Mining Well nach unten in die lass den mal ein bisschen buddeln ok wo das denn sagt jeder ok sagt jeder irgendwo random ok einfach irgendwo random buddeln lassen aha random buddeln lassen ok ich kann die Sticks raus machen das brauche ich nicht mit das helle ich jetzt geht hier noch weiter ey ich wollte doch zu viel ins gehirn geschissen hm glaube ich dir hat er direkt so der creeper gerade der creeper gerade brennschwind zombie gute nacht aha hm 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 fast 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 ich bin jetzt lange ich mag die nächsten pizze fressen ich hab hunger gehabt voll stück und dann bist du voll da noch konnte mit einer mich voll heilen ja wenn du den menschen auch genug noch alles ich mache immer wenn ich vier dinge weg habe frise ich nur hier aber wenn du recht weit unten hast brauchst du nur zwei fressen und dann bist du auch wieder voll jetzt bin ich auch schon vor auf bedrock ah die spitze ist kaputt die nächste so das ist abgearbeitet und vielleicht kommt die nächste und da war verschwender die puppe macht die arbeit für mich ist voll glaube ich oder auch keine schaufel mehr ach ja ich habe ja noch welche ich glaube ich muss mir doch noch eine pumpe holen ja ja ich glaube ich muss mir ein paar pipes mitnehmen weil ich glaube die muss die lava irgendwie wegtragen können ok ja wahrscheinlich ne jetzt muss ich wieder so langen weg latschen ooooh egal was ich jetzt mal quengel quengel heul heul egal was ich jetzt halt mache ich mache einfach diese common bells wo man auf diesem fließband am verjährigen weg lang glaubt und die brauche ich nicht mehr laufen mein gott ich kann mir einfach langrollen dann musst du das aber in zwei richtungen machen ne ja ja kommt ja dann auch extra in zwei richtungen so ein fauler sack leute echt so ein fauler sack das ist technologie fortschritt du glaub faul außerdem schicke ich durch die ganze mine minecart ne das weißt du auch noch nicht ne nö hier unten kommt ein komplettes minecraft also ein schienensystem rein ich glaube das hat doch einer das du schon als seht ich ein fauler mensch bin ich ein fauler mensch wenn du bescheuert bist warum die minecarts entleeren und die sortieren es alle automatisch was ist denn das problem brauche ich doch nicht machen das gut ins töpfchen das schlechte ins tröpfchen aha ja so sieht es dann auch aus das ist ähnlich